Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 8. So da la. Wir sind im Schloss Dimitrescu. Und dann Waschbär. Ein Waschbär. Du Monster. Ähm. Lesen wir uns mal durch, was neben diesen seltsamen Kugellabyrinthen steht. Das ist schon eine seltsame, aber auch irgendwie witzige Idee für ein Minispiel. Leider haben wir die Kugel dafür noch nicht. Aber die sind schon nett. Norstein's Labyrinthe. Norstein. Norstein. Ja, wahrscheinlich. Norstein. Ein Handwerker des späten 19. Jahrhundert wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebranntmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er vier Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisigen Turm. Was? Den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins vier geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Das passt jetzt aber, na obwohl, es könnte schon sein. Naja, nee, es ist schon komisch. Das passt nicht so ganz in die Law, weil, wenn der aus dem 19. Jahrhundert ist. Ich meine, vielleicht hat dieser Norstein schon, hatte der vielleicht schon vor Mother Miranda Kontakt mit dem Megamyzil und so. Also, möglich. Aber es ist ein bisschen, ich glaube, das darf man nicht zu ernst nehmen. Ich habe übrigens, ich habe übrigens, ha, nochmal geguckt, weil ich mir nicht sicher war, weil ich es echt seltsam fand. Mit den, mit dem Dorf Hammerkerl, mit dem bärtigen, haarigen, großen Hammerkerl aus dem Dorf, ne. Den, also dass man den in der ersten Belagerung töten kann und der dann trotzdem wieder auftaucht, kann ich jetzt hier bestätigen, ist nicht canon. Das kann man machen, aber das ist eher so ein Easter Egg, ein Gimmick, ein Scherz, ein Extraschatz, den man kriegt. Weil der ist tatsächlich einzigartig, der ist ein Charakter. Ich habe mich nämlich schon gewundert, dass das geht, aber tatsächlich sollte das quasi eigentlich nicht, normalerweise, ne. Wenn man nicht gerade ein New Game Plus oder auf sehr leicht startet, sollte das auch gar nicht möglich sein. Ist nicht so gedacht. Denn dieser Charakter hat tatsächlich eine relativ wichtige Rolle sogar. Oder früher mal gehabt, in einem frühen Entwicklungsstadium des Spiels, war es nämlich tatsächlich so, dass der, soweit man das jetzt von den Artworks ableiten kann, ne. Da müsste man jetzt die Entwickler fragen. Aber soweit ich das sehen kann, sollte der ursprünglich tatsächlich der Oberböse mal eine Zeit lang sein. Der religiöse Führer und Anführer des Dorfes wurde dann aber ganz schön degradiert. Eine Zeit lang wurde das Konzept dann auch scheinbar, zumindest optisch sehr stark, für Heisenberg weiterverwendet. Ein sehr viel älterer und zerrupfterer Heisenberg, bis dann letztendlich halt nur noch der Bürgermeister vom Dorf übrig war, ohne irgendeine besondere Rolle, ohne irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Und der wurde halt dann quasi zu diesem Miniboss im Endeffekt. Den hat man schon ganz schön runtergestuft, ne. Vom großen Obermufti zum Handlanger, bis er nur noch irgend so ein Gegner war. Und sogar die Story, dass er der Bürgermeister ist, muss man sich wirklich herleiten, also aus Bonusmaterial. Das ist schon, ja, da ist nicht mehr viel übrig geblieben von der Figur. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Als Sina Dimitrescu erweiterte traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verlieh ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Ja, Blut. Da ist Böses im Busch. Aber würde das funktionieren, dass man so einen Wein mit Blut anreichert? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob Blut nicht trotzdem dann wirklich faulig und widerlich wird in den Flaschen. Aber vielleicht konserviert der Alkohol das Ganze. Das könnte schon sein. Ich bin mir nicht sicher. Müsste man mal testen. Nein, wegen mir nicht unbedingt. Es ist ein hübsches Spiel. Also gerade die Innenbereiche sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da bin ich auf ein Resident Evil 9, ein potenzielles, sehr gespannt, das dann die alte Konsolengeneration hinter sich lässt. Und wirklich voll auf die neue Konsolengeneration ausgelegt ist. Weil die Re-Engine, die neue, kann Innenbereiche vor allem wirklich sehr, sehr gut darstellen. Ne, außen die Bäume, die Gräser, das ist alles nicht so ganz schön irgendwie. Das sieht ein bisschen, das sind halt so 2D-Texturen teilweise, so 2D-Bit-Dinger, die so 3D anmuten, so ein bisschen. Sieht aber, Innen, Möbel, Wände, so, ne, so, mit Materialien einfach, es sieht sehr gut aus, finde ich. So, rein mit dem Auge. Und jetzt kriegen wir Besuch gleich. Also, wenn das meine Optionen sind, glaube ich lieber tot. Aber ich entscheide mich für Plan C. Nicht verspeist werden. Damit hat sie wohl nicht gerechnet. 9. Juni 1985. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Dam, 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 dam. Ich frage mich, warum er schockiert war, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Aber ist dann der Verfasser, die Verfasserin dieses Textes auch ne Frau? Oder? Nicht. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf, zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1985. Ich arbeite jetzt seit zwei Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht. Und die Comtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht zerschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli 1985. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Comtesse haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß ist. Also habe ich ein Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei. Ich soll das Fenster zu machen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Naja, ich befürchte. Die Verfasserin dieses Textes, nehme ich mal an, werden wir gleich treffen. Möglicherweise zumindest. Die Herren des Hauses. Das muss schon lästig sein, ne? Wenn man seit 40 Jahren in so einem Schloss lebt und plötzlich wird man riesig und passt nicht mehr durch die Türen durch. Ich verstehe nicht, warum sie in den 70 Jahren, seit sie hier lebt, nicht mal wen engagiert hat, der die Türrahmen ein bisschen erweitert. Ich meine, die Wände wären hoch genug. Könnte man doch die Tür auch, ne? Zumindest da, wo es geht. Hätte ich an ihrer Stelle gemacht. Aber ich setze mal, wenn man eine unsterbliche Vampirin ist, hat man andere Probleme. Irgendwas ist hier. Ich habe hier irgendwas übersehen. Ich möchte alle Schätze looten. Wahrscheinlich klebt wieder irgendwo was an der Decke oder so. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ah, ich kann mich schon erinnern. Genau. Da habe ich nämlich schon mal gesucht. Hier im Durchgang. Das ist so Resident Evil 4. Und ich finde es großartig. Ich frage mich, ob das, was wir hier sehen, geronnenes Blut einfach ist. Ich meine, Blut wird schon sehr dunkel unter Umständen. Oder ob das wirklich auch so ein Hinweis auf den Mold sein könnte. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und jetzt geht es ab in die absolute Dunkelheit. Hier war ich bei meinem ersten Playthrough sehr verwirrt. Ich bin dann wieder rausgelaufen und habe mich umgeguckt, ob ich irgendwo Feuer mitnehmen kann oder so. Man muss nur tief genug reingehen, bevor er seine Taschenlampe anmacht. Tja. Guckt hier, das meine ich. Ist das wirklich nur getrocknetes Blut? Weil das ist schon sehr schwarz. Hm. Ich meine, es könnte auch sehr altes Blut sein. Jahrzehnte alt. Vielleicht sogar älter. Wer weiß. Dafür ist es aber teilweise noch sehr nass, ne? Naja. Bestand Irina, Mihaela, Lois, Ingrid. Abgelehnt. Ach so, bestanden. Abgelehnt. Dondra Greta und ganz viele andere Namen. Dondra Greta und ganz viele andere Namen. Ist schon creepy hier unten, ne? Ich mochte die Stimmung hier echt ganz gerne. Diese Bilder, die man hier sieht. Diese Artworks haben die leider, finde ich, ein bisschen zu oft recycelt. Da gibt es wirklich nur eine Handvoll, wahrscheinlich Artworks, die die ins Spiel eingebaut haben. Und die findet man leider immer wieder überall. Finde ich ein bisschen schade. Gerade dann am Schluss in, 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 ich will, ich, ich will ja noch nicht zu viel spoilen, ne? Für alle, die es vielleicht noch nicht kennen. Aber gerade am Schluss werden da teilweise dann in einem Bereich sehr viele Bilder im gleichen Raum mehrfach recycelt. Schade, schade. Irina, gesunder Appetit. Mihaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Teils übertrieben aufgeweckt. Okay. Also, die haben hier ihre eigenen kleinen Experimente. Man hört sie schon fauchen in der Ferne. Wie gesagt, Sounddesign in dem Spiel habe ich ja schon mal erwähnt, ne? Wirklich fantastisch. Man hört sie immer noch schreien in den Hallen. Da haben wir sie. Unsere Poltergeister. Heißt ihr Name, der mir gerade nicht einfällt, übersetzt ins Deutsche aus dem Rumänischen. Erinnern schon an, an Zombies einfach auch, ne? Sind ja auch untote Wesen. Und wie wir schon an der Namensliste vermuten konnten, oder erahnen konnten, ist es tatsächlich so, dass wir hier im Schloss nur auf Weibliche, ja, von diesen Zombie-Vampirwesen treffen. Denn von den männlichen Gästen in Dimitreskos Schloss bleibt in der Regel nix übrig, mit dem sich noch rumexperimentieren ließe. Die Frauen haben da mehr... Ich weiß nicht, ob man hier von mehr Glück reden kann oder nicht. Aber die dürfen zumindest länger existieren. Ob hier jemand versucht hat, sich aus der Zelle zu graben? Wer weiß, wie lange hier teilweise Leute eingekerkert waren in der Dunkelheit, ohne Essen, ohne irgendwas. Wer weiß, wie viele hier über die Jahrhunderte hinweg eingekerkert waren. Wenn man sich anguckt, wie viel dieser Wesen in den Hallen umherstreifen und über den Dächern des Schlosses schweben, ja, dann kriegt man schon ungefähr eine Vorstellung davon, wie viele hier ungefähr sein könnten. oder gewiesen sein könnten. Kassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. So, Verfolgungssequenz. Lauf, Ethan! Wo bist du denn hin, kleiner Mann? Deine Kugeln können mir nichts an... Oh! 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 Du dreckige Missgeburt! Oh! Oh! Dammit! So. Das war leider schon die erste Tochter der Demikrescu. Geht schnell, ne? Ich find's schade. Ich fand's wirklich schade, wie schnell die erste schon tot ist. Ich hab mir ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, die werden mehr als Figuren eingeführt. Erhalten mehr Charakter. Aber im Endeffekt sind's nur Fliegenschwärme, die keine Kälte mögen, wie uns der freundlicherweise aufbewahrte und günstig für uns platzierte Hinweis vorher schon irgendwie verraten hat. Und was haben wir denn hier? Sangius Virginius. Das Blut der Jungfrau. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie doch nur Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einem da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus, und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Wirklich? Die Seele? Ich würde eher sagen, der Körper. Ohne. Aber ist er. Ne? Wie auch immer. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die nächste. Guck mal, das ist mir erst bei meinem zweiten Playthrough wirklich aufgefallen. Ich glaube, hier hängen Hunde, oder? Sind das kleine Hunde? Das sieht fast so aus, ne? Was für ein abgefuckter Ort. Aber das sieht noch alles auch relativ frisch aus, oder zumindest noch genießbar. Ich meine, Bella, Cassandra und Daniela sind ja nicht unbedingt, ne? Ich meine, ich will... Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich versuche, nicht zu spoilen. Ich versuche, mich immer zu erinnern, welche Informationen wirklich nur aus Bonusmaterial und Interviews und sowas kommen, weil darüber rede ich jetzt schon und welche Informationen noch im Spiel sind. Aber Lady Dimitrescu braucht ja aufgrund einer Erbkrankheit tatsächlich menschliches Blut und menschliches Fleisch, um zu überleben. Ich glaube, auf ihre Töchter trifft das eigentlich nicht unbedingt zu. Die könnten sich auch hier aus der Kammer bedienen. Naja. Bei meinem ersten Playthrough war ich hier so vorsichtig. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich habe das gleich, als es released wurde, Mitternacht angefangen zu spielen und saß dann hier ganz alleine im Dunkeln vor dem Spiel. Da war mir schon mulmig. Ich bin bei sowas wirklich zart beseitet. Ich verstehe die Teller nicht. Schütten die einfach den Wein auf ihre... Ach nee, guck mal da hier. In dem Gefäß ist irgendwie Bartz drin. Aber wer hat das für die noch zubereitet? Kochen die jetzt selbst? Offensichtlich haben die keine Bediensteten mehr. Zumindest keine, denen ich zutrauen würde, noch kochen zu können. Naja. Lass mich ganz kurz gucken. Wir müssen jetzt... Ah ja. Oben ins Weinzimmer. Genau. Da haben wir jetzt nämlich die Flasche erhalten. Die wir hier platzieren müssen. Wunderschön. Und dann verschwindet sie. Was für ein seltsamer Mechanismus. Der Hofschlüssel. Dann schauen wir doch mal in den Hof. Soll ich dich rumfeln? Nein, danke. Ich finde den Weg schon. Zum Glück wissen wir ja schon, da draußen kann sie uns nicht verfolgen. Das wird jetzt zu kalt. Immer fleißig looten. Immer fleißig looten. Und ich glaube, wenn man wirklich die absolute Horror-Erfahrung will, dann wird man wahrscheinlich mit Resident Evil 8 nicht glücklich werden. Aber rein vom Gameplay her ist es einfach so viel besser als so viele seiner Vorgänger. Von den Spielmechaniken, den Motivationsmechaniken ist es einfach ein so viel besseres Spiel. Ein einfach sehr, sehr gutes Spiel. Das für mich einfach wirklich vom Kampfsystem übers Looten eben bis zu den von aus Rollenspielen schon fast geliehenden Elementen im Grunde wirklich. Da haben wir sehr viel richtig gemacht. Ich meine, vielleicht war sie von ihrer Kerze geblendet, die sie da in der Hand hielt. Ich meine, die ist hier, guck mal, die ist hier hochgegangen. Und ich bin da unten reingekommen. Ich habe die Tür aufgemacht. Das hat Geräusche gemacht. Und sie geht hier hoch. Ist ein Meter größer als ich. Also hat einen viel besseren Blick darunter. Bullshit. Aber gut für uns. Sonst wird es Ethan jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr so gut gehen in dem Dorf. Äh, in dem Dorf? Ja gut, ich meine, das Schloss steht ja auch irgendwie im Dorf. Aber ich meine, eigentlich im Schloss. Nehmt das. Das Messer ist... Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Gar nichts. Ich weiß nicht. Die war schon so, als ich gekommen bin. Ich weiß gar nicht, von was Sie reden, Frau Dimitrescu. Es gibt ein Achievement dafür, dass man jedes Fenster im Schloss zerstört. Habe ich irgendwie nie geschafft. Irgendwo übersehe ich immer eins. Ein Blutbad. Ich frage mich, wie oft das neu gemacht werden muss, oder? Gewischt wird ja auch nicht. Aber wenn man seine ganzen Bediensteten dauernd frisst, was hat man davon? Dieses Rätsel hier habe ich überhaupt nicht verstanden und verstehe es immer noch nicht. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hände nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Habe ich überhaupt nicht verstanden, was das bedeuten soll. Die Frauen sind, ich dachte, jetzt muss ich die Frauen wegdrehen von den Männern oder hä? Aber das stimmt überhaupt nicht. Im Endeffekt, was man wirklich machen muss, ist, glaube ich, dass die Bauern hier die Weintrauben ihrem Lord geben, ihrem Lehnsherrn quasi. Und der gibt es dann den Mägden, damit die Wein draus machen und die bringen dann den Wein zu ihren Herrinnen. Ich glaube, so funktioniert es. Ja, genau. Das ist nicht, was da steht. Das ist nicht, was da steht. Wo ignorieren denn jetzt die Frauen die Avancen der Männer? Das Rätsel macht für mich keinen Sinn, so wie das da steht. Ich muss noch mal kurz in den Flur rausgehen. Ich möchte gucken, was wir hier noch an Loot übersehen haben. Wenn schon, denn schon. Nichts verkommen lasse. Alles wird mitgenommen. Ah, noch mehr. Okay. Her damit. Her damit. Die Demitrescu nehmen wir aus. Wie einen Fisch. Einen drei Meter großen, blutsaugenden Monsterfisch. Na, zu dem kommen wir erst später noch. Etwas größer als drei Meter. Ich habe noch nie jemanden gehört, der so laut beim Leiternsteigen krächzen muss, keuchen muss, wie Ethan. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, was dachtest du denn, wo das Blut hinfließt, das wir gerade abgelassen haben? Aber hier ist schon ein bisschen mehr Blut als das, was gerade in der Wanne war, ne? Aber vielleicht ist es auch ein Wein. Vielleicht ist es Blut und Wein in einem. So wird wahrscheinlich dieser ganz exquisite Weinblut der Jungfrauen hergestellt. Einfach alles in den Keller schütten zusammen. Und dann kommt immer jemand mit so einem alten rostigen Eimer und taucht ihn hier einfach ein und dann wird das in die edlen Flaschen gefüllt. Bäm. 5000 Euro Wein in die Flasche. Wetten? Moment, ich gehe zurück, wo wir hergekommen sind. Das will ich nicht. Ich verlaufe mich hier. Ah, jedes Mal. Und du erschreckst mich auch jedes Mal. Blöde Kuh. Ich muss schon sagen, jetzt in meinem dritten Durchlauf, in meinem New Game Plus Plus, macht dieses Überpoweredsein schon echt Spaß. Das nimmt auch ein bisschen die Dramaturgie aus dem Ganzen. Ich verstehe schon. Aber wir wollen uns hier ja auch auf die Geschichte konzentrieren. Und weniger mit Kämpfen und vor allem Sterben aufhalten. Das ist nämlich, finde ich, erstens eine sehr schöne Motivation. eben, weil das Kämpfen direkt belohnt wird. Aber auch eine sehr gute Kommunikation, weil das zu dir sagt, ja, der Gegner ist jetzt besiegt. Du kannst aufhören zu schießen. Oh, ist die jetzt da durchgekrochen? Okay, warte. Na, Kampf. Komm her. Na gut. Die Runde geht an dich. Tja. Einigen wir uns auf unentschieden. Ich finde, sie hat gut gekämpft. Ne, sie muss sich nichts vorwerfen. Gegen so einen gut bewaffneten Ethan Winters haben schon ganz andere verloren. Ah, da hinten wäre jetzt noch was, ne? Ich schaue mal kurz zurück. Ich will gar nicht zu viel... Ich will eigentlich... Ach, ich würde schon gerne... Ihr wisst ja, ihr kennt mich ja. Ich will gern alles looten, was man looten kann. Aber gleichzeitig denke ich mir, naja, aber... Wollen wir uns nicht auf die Story konzentrieren. Aber dann denke ich mir, naja, aber es gibt ein paar Schätze, die durchaus Geschichten erzählen. Also kann man schon sich ein bisschen genauer umsehen, weil manchmal stehen da Texte, die einen kleinen Beitrag leisten. Aber, ehrlich gesagt... Habe ich auch keine Ahnung, wo wir was übersehen haben. Und das ist doch so ein relativ großes Areal hier. Ach, gehen wir einfach. Na, bevor wir jetzt hier langen, ist ja auch ne Quatsch. Doch dieses Labyrinth hier. Aus Blut und Wein. Erinnert mich auch so ein bisschen das ganze Szenario hier an den DLC von... Ähm... Ach, na komm schon, na. Jetzt fällt es mir nicht ein. Ich hier mal mit meinem Namensgedächtnis. Äh... Ähm... Wartet mal kurz. Ich muss ne Übung machen. Vielleicht fällt es mir dann ein. Darkest Dungeon. Hä, das funktioniert so gut. Ich bin begeistert. Wenn ihr auch manchmal, wenn euch auch manchmal Sachen nicht einfallen und ihr so Gedächtnislücken oder Namensprobleme, Wortfindungsstörungen habt, macht das mal. Berührt mal wirklich euren quasi Daumen und Zeigefinger aufeinander legen, als würde man so meditieren quasi. Und dann Daumen auf Mittelfinger, Daumen auf Ringfinger, Daumen auf Kleinfinger und wieder zurück. Und das die ganze Zeit wiederholen. Irgendwie stimuliert das das Hirn, verbindet die Gehirnhälften, habe ich gehört. Ich weiß nicht, was es macht. Ist mir auch egal. Es funktioniert. Es hilft mir beim Konzentrieren und mir fallen dann Sachen ein. Total cool. Total cool. Gib mir dein Geld, Dimitrescu. Telefon. Nein. Das war's. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen. Wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Die redet bestimmt nicht von uns, oder? Das ist bestimmt irgendein anderer Mann zufällig, weil ich hab gar nichts getan. Ich war stets nur bemüht, immer die vollen Erwartungen zu erfüllen. Die andere an mich stellen. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf, selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischengegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss. Hörige Töchter. Ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht Besonderes? Äh, bin ich nicht Besonderes? Ich brauche einen Drink. Dieser Tagebucheintrag gibt mir zu denken. Wirklich, der verwirrt mich. Es verwirrt mich hier einiges an der Lore, ehrlich gesagt, von diesem Schloss. Ist Lady Dimitrescu, ist das ihr echter Name? Ist sie eine Dimitrescu oder hat sie den Namen quasi bekommen? Im Grunde. Zusammen mit dem Schloss. Das finde ich nämlich wirklich komisch. Weil, wenn man reinkommt, findet man dieses Gemälde von den drei Töchtern. Von Bella, Cassandra und Daniela. Aber sind die drei Verwandelten, die wir da sehen, wirklich die drei von dem Gemälde? Sind das die leiblichen Töchter von Lady Dimitrescu? Es wird nämlich öfter impliziert, dass die das eigentlich nicht sind. Dass das irgendwelche Frauen sind. Aber warum finden wir dann das alte Gemälde mit den Familienwatten auf ihrer Brust? Warum heißt sie Dimitrescu hier auf Schloss Dimitrescu? Und, und, na, so viele Fragen. Warum schreibt sie, sie hat das Schloss von Mutter Miranda bekommen? Wenn sie doch eigentlich, wenn sie in Dimitrescu ist das Schloss schon immer ein Familienbesitz haben würde. Und sind ihre Töchter, die sie ja, ihre Töchter hat sie auch von Miranda geschenkt bekommen, laut diesem Eintrag. Aber wer sind dann die Frauen, die unten auf dem Gemälde sind? Und, ah, wisst ihr, was ich meine? Deswegen finde ich diesen Eintrag irreführend, verwirrend. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Rose, wo bist du? Das Spiel erzählt mir hier zwei verschiedene Geschichten. Und nur eine kann stimmen. Oh, shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen sie von... Ah, du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Und jetzt ruiniere ich auch noch ihren Boden. Oh, Mann. Ruhe dich gut aus. Denn ich werde dich jagen. Und ich werde dich in Stücke reißen. Ich meine, du hättest mich jetzt gerade eben in Stücke reißen können. Die hätte mich schon gehabt. Was haben diese Resident Evil Bösewichte immer? Warum lassen die ihre Opfer immer gehen? Ich wäre ihr schutzlos ausgeliefert gewesen. Krallen ausfahren, in kleine Scheiben hacken. Ende für Ethan. Aber nee. Sie wirft mich durch den Boden und ruft mir hinterher. Da von Stock und Stein bricht mein Bein. Aber Worte... Ähm... Nicht. Oder so ähnlich. Steht doch in der Bibel. Na dann. Gehen wir mal. Ups. Als ob ich dich gehen ließe. Er wirst du zerfleischt. Als dass du dein Kind wieder siehst. Und schon wieder. Warum wirft sie mich weg? Ich werde dir zeigen, was es haltet, die Metreskos zu beleidigen. Lauf, Ethan! Lauf! Ah, ich hasse diese langsamen Türen immer. Ah, Gott dammit! Hahaha. Ist schon witzig gemacht. Du kannst dich davonlaufen! Ich habe zu dieser Szene so viele Fragen. Vor allem. Vor allem. Scheiße auf dieses Schloss. Vor allem. Unsere Kleidung. Also, unser Ärmel. Von sowohl unserem Pulli als auch unserer Jacke. hing an der abgetrennten Hand. Und ist nicht abgefallen. Ist okay. Meinetwegen. Dann passt unsere abgetrennte Kleidung aber exakt wie ein Puzzlestück quasi. in unsere, also an unsere Kleidung, die noch an unserem Armstumpf ist. Und dann, nachdem wir unseren Arm geheilt haben mit der Zaubermedizin, meinetwegen. Zu dem kommen wir ja auch später noch. Aber dann wächst unsere Kleidung wieder zusammen und wir haben an der Jacke sogar eine Naht, wo es vorher abgetrennt war. Und jetzt ist es wieder... What? Das ist schon sehr seltsam, oder? Wund- und Textilkleber ist das, was wir hier machen. Dieses Kraut kann schon... Also, das ist schon der Hammer. Mein Gott, haben wir viele Crafting-Materialien. Das ist cool. Dich habe ich gesucht. Du machst hier so Geräusche. Sei mal nicht so gruselig. Ah! Gut ausgewichen. Eigentlich habe ich nur Pistolen-Munition gecraftet, damit ich... ...keinen anderen Schuss für das verschwenden muss. What? Wer? Wo? Wie kommt denn die da rein? Na gut. Mit dem letzten Schuss. Schaut euch das an. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Sind hier auch noch Gegner. Was für ein Speisezimmer übersehen haben. Hier ist es noch rot. Ich habe hier angeblich was übersehen. Ist hier wieder so ein grünes Kraut irgendwo im Blumentopf. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Guckt. Immer das gleiche. Nichts verkommen lassen. Nichts verkommen lassen, ne? Die Schätze... Die brauchen wir noch. Ich könnte jetzt schnell zurück... Wie lange ist denn die Folge schon? Gehen wir zurück zum Kaufmann. Machen wir hier mal kurz Pause, ne? Machen wir noch ein bisschen Inventar-Management. Der Kaufmann vermisst uns bestimmt schon. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Wahrscheinlich. Aber gerne. Wir können nämlich einiges verkaufen. Zum Beispiel Kristallfragmente. Die einfach so im Schloss irgendwo an der Decke stecken. Weil, warum nicht? Kristalline Überreste einer scharfzahnigen Kreatur. Sechs Stück. Nicht schlecht. Kristalliner Torso von einer der Töchter. Ähm, bizarr. Aber irgendwie auch ziemlich cool, oder? Diese Skulptur. Kristalline Überreste von einer der Töchter Lady Dimitreskos. Die Engelstatue aus Holz. Eine liebevoll aus Holz geschnitzte Engelsstatue. Dann haben wir hier Ingrids Halskette. Eine Kette aus Tierknochen, die das Dorf... Äh, die das Böse fernhalten soll. Diese Halskette habe ich tatsächlich... Da habe ich darauf geachtet an Dorfbewohnern gesehen, als wir in der... In der Cutscene mit denen waren. Ihr wisst schon. Na dann, verkaufen wir das Zeug mal. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Das sind hier hauptsächlich New Game Plus Waffen und Waffen, die man erst recht spät kriegt. Nur leider hat das Spiel aktuell noch einen Bug, dass nämlich diese freigeschalteten Waffen immer wieder als neu markiert werden. Auch wenn man... Selbst wenn man sie schon gekauft hat. Und deswegen ist hier immer so ein blinkendes Eckchen. Okay, ich würde gerne ganz viel hier upgraden. Also die Waffe hier kann, glaube ich, echt weg, oder? Ich behalte die mal und levele die hoch, weil das ist der Revolver, den man kriegt, wenn man das Spiel auf dem höchsten Standardschwierigkeitsgrad durchspielt. Und mich würde so wundern, wenn die nicht irgendwie stärker werden würde als die Steak. Aber momentan sieht es so aus, als wäre es nicht so. Deswegen will ich beide mal aufbessern. Aber erst mal alles andere. So, jetzt passt auf. Meine Schrobflinte mag ich schon. Die habe ich schon richtig lieb. Die kriegt jetzt ein größeres Magazin, weil, wie schon in Resident Evil 4, wird das Magazin vollständig aufgefüllt, wenn man Neues kauft. Ein Service vom Händler. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Das ist sehr nett von ihm, nämlich. Und vielleicht erhöhen wir die Feuerkraft des Scharfschützengewehrs. Das können wir uns noch leisten. Und warum nicht, oder? Na gut, mehr können wir uns jetzt eh nicht leisten. Sie ist als Investition. Bis nächstes Mal. Der Duke ist so toll. Ich mag den so gerne. Aber ich muss halt wirklich, ich habe schon gesagt, ich will nicht zu viel drauf rumreiten. Aber der verliert, der verliert im Deutschen schon. Nix gegen den Synchronsprecher im Deutschen. Aber der Englische passt so gut zu der Figur und hat so viel Charisma. Es passt auch, weil er so weird ist. Weil er so nicht passt. Es passt nicht zu der Erscheinung von ihm. Es passt nicht zu dieser ganzen Location. Aber gleichzeitig ist er irgendwie so ein super freundlicher, höflicher, britischer Hoffnungsschimmer in dieser schrecklichen Welt im Englischen. Das ist toll. Na gut, machen wir für heute Schluss, würde ich sagen. Ich glaube, beim nächsten Mal könnten wir Dimitrescu Schloss schon hinter uns bringen, schätze ich mal. Wenn ich so drüber nachdenke, was jetzt noch kommt. Es geht alles nämlich ganz schnell plötzlich. Zack, zack, zack jetzt. Na, da kommt wirklich nicht mehr viel. Je nachdem, wie gut wir uns umschauen, wie genau wir uns die Dokumente angucken und wie viel wir auch über die Dokumente reden. Das muss ich schon mit einplanen. Das wird uns insgesamt schon ein paar Extrastunden aufs Spielkonto bringen. Aber ja, genau. Na gut, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Lore-Let's-Play gefällt euch. In manchen Folgen habe ich halt mehr zu sagen. Vielleicht auch hoffentlich interessantere Sachen. In anderen Folgen gibt es weniger zu sagen. So ist das eben. Und ich hoffe, beim nächsten Mal treffen wir viele interessante Aspekte, die wir analysieren können. Ich werde mich auf jeden Fall in die Lore weiter, tiefer noch einlesen, damit ich Folge für Folge auch mehr und tiefer einsteigen kann in das Ganze. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.